Das ist die Franz Ferdinand Schutzhütte mit einem 72-fach Zoom. Im rechten Bereich ist dieses Aussichtsplateau, links davon ist die Schutzhütte. Und jetzt zoome ich zurück. 58, 45, 36, 29, 18. Und der Rest geht recht schnell. Von mir hier eine Stunde Fußmarsch. Also schauen wir, ob wir es noch einmal erwischen. Ich muss erst scharf stellen. Dann füllen wir es. Genau. Ende.